Das ist so 40 cm länger, das klingt tiefer und das sind eigentlich unsere Bischofswieser Hörner mit denen, die wir spielen. Da kommt ein Wunschstück drauf, mit dem erzeugt man den Ton. Das ist der Resonanzkörper oder der Tonträger, die Säule und der Trichter unten, der formt den Ton. Die drei Elemente gehören zusammen.